Okay, Leute, es geht weiter mit Bowser's Tal. Ähm, okay, ich bin lange nicht mehr aufgenommen und ich bin gerade müde und meine Stimme ist anders, glaube ich. Okay, weiter geht's, okay, ähm, oh scheiße. Hier war ein Shaki, das weiß ich, der war ein Maulwurf. Der ist bestimmt, ach, ich dachte schon, er ist irgendwie wieder weggegangen. Verdammt! Okay, da ist eine Shashi-Münze, okay. Okay, ich glaube, das ist heute auch der letzte Part. Wieso ist der Sound so leise, verdammt? Weil dich, danke. Also, heute ist der letzte Part von diesem Spiel und komm mal runter, du Maulwurf mit Brille. Und, ähm, ähm, so, da war eine Münze drin, okay. Hier kommt bestimmt mein Maulwurf, ich wusste es doch, komm her. So, und... Ah, verdammt, okay, da ist ein Speicherpunkt, den ich ja gut benutzen werde. Ach, man muss auf die Maulwurf reiten, ach, verdammte Scheiße. Oh, ein Leben! Ich hasse diese perfekten Maulwurf, aber das ist eigentlich ein leichtes Level. Komm jetzt, komm, komm. Hä, wieso fange ich von hier an? Hä? Wieso fange ich von da an? Ich habe nicht mal da angefangen. Ach, du Scheiße. Okay, hier ist eine Münze. Willst du mich verarschen? Leck, Homio. Verdammt. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr hoch. Okay, hier ist ein Weg dann für mich. Das ist ein Schacki. Hier ist ein Maulwurf. Den will ich jetzt umbringen. Und ich bin am Ziel. Oder? Ja, sehr, sehr gut. Und? Verdammt, ich wollte Punkte haben. Ach, zum Glück geschafft. Aber wieso war der Level so leise? Hm, okay. Ach, scheiße. Wie habe ich... Wie ging der Weg nochmal zum... Ich komme jetzt zum Schloss. Zum Hinterausgang. Das habe ich nie rausgefunden. Also, zum Schloss wusste ich irgendwie. Aber nie zum... Ach, scheiße. Aber nie zum Hinterausgang. Von Bowsers Festung. Ey, das ist so eine Verscha... Okay, okay, komm. Zwei mal bist du ja gestorben. Ist nicht so schlimm. Okay. So. Es fängt gut an. Es fängt gut an. Okay. Oder soll ich diese Scheißburg lassen? Und nicht weiter versuchen? Wieso bin ich gar nicht hochgesprungen? Mann. Okay, komm. Komm, komm, komm. Ich will diesen... Ich will dieses Scheiß-Level in diesem Pathor fertig bekommen. Danach kann ich mit Super Mario Advents 3 weitermachen. Yeah. Kommst du runter? Ähm. Okay. Ich lasse den Pilz mal da mit der Schildkröte. Weil das ist jetzt zu riskant, die jetzt so holen. Oh, scheiße. Ich dachte schon, das wäre jetzt einer von diesen goldenen Dingern. Hallo? 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 Und so. Und so. Ach, das ist langweilig jetzt. Komm. So. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das brauchte ich. Dankeschön. Und hier geht's weiter. Warte. Hier konnte man mit Joshi weiter... Also mit Joshi konnte man hier weiter. War's das der Geheimweg? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich scheiß drauf. Die Händerte Ausgaben braucht ihr sowieso nicht. Das bringt euch gar nichts. Echt nichts. Hab ich bei Lucifer ja gesehen. Bringt echt nichts. Komm jetzt. Komm. Und. Und. Oh, 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 oh. Zieh, zieh, zieh. Gut. Baldig, baldig. So. Und so. Ähm. Okay, ich muss da warten. Okay, jetzt muss ich wieder schnell nach unten. Zieh, zieh, zieh. Okay, gut, gut, gut. Bisher läuft alles sehr nach meinem Plan. Kaum weiter. Und. So. Jetzt zieh. Das war knapp. Okay. Okay. Komm jetzt. Komm, komm. Hä? Hatte ich nicht davor... Warte. Hab ich nicht davor drei... Irgendwie drei Leben geholt? Wieso hab ich jetzt wieder weniger? Warte, nämlich ja verarschen. Ähm. Okay, das war knapp. Jetzt zieh. Okay, weiter. Und, äh, was ich, äh, kurz, äh, was ich noch erwähnen wollte. Äh, Super Mario Advents 4. Hat nur acht Welten. Huh. Nicht neun. Äh, ich hab nachgeguckt. Äh, ich versteh auch nicht, wieso. Warum sie bei Wikipedia gesagt hat... Ähm. Warum, warum frage ich mich dann? Wikipedia liegt meistens auch. Okay. Die haben acht Welten, nicht neun. Also, ich bin gerade in der siebten... Oder, warte, in der siebten? Oder, äh, ach, ich bin der sechsten gerade. Okay. Warte, warte, war der Level immer so groß? So. Ach komm, verarscht mich nicht. Und? 26 und hab ich... Nein, das sind 90. Verdammt. Din, 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 din. Damn. Okay. Warte mal. Es gab auch einen Weg von dem Schloss zu dem Schloss. Ach, scheiß drauf. Wie macht dieses Projekt zu Ende? Nicht extra hier Zeit verschwenden mit irgendwelchen komischen... Kackdingern und komischen Pupsern von dem Satan. Oder die... Ja, Pupsern von Satan oder Buhus. Ich denke eher von Riesen-Buhu, die Pupsers. Okay, hier. Ach, scheiße. Das war so eine knifflige Scheiße. Ja, ist klar. Ich springe hoch. Ähm, so. Ach komm, fick dich. Äh, wo gehst du hin? Hallo? Okay, da geh ich wieder da rein. Da komm ich bestimmt in der Mitte wieder raus. Ich wusste es doch. Ach, scheiße. Verdammt. Okay, ich hab's am Ziel geschafft. Puh. Okay, das Level haben wir auch geschafft. Din, 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 din. Dinn. So wie ich jetzt weiß, gab es hier nichts Besonderes. Also in Geisterlevel. Speichern weiter. Und deswegen geht's weiter. Oh, scheiße. Oh, kacke. Egal. Das Projekt ist sowieso bald fertig. Ich hoffe auch in diesem Part. So. So. Und, äh, ich werde sowieso die Sternlevel nicht machen, weil es schon viele Let's Player gab's, die das gemacht haben. Verdammt. Okay. Och, dankeschön. Und hier gibt's bestimmt meine Feder. Wenn ich die Feder mal bekommen würde. Nein, eine Blume. So. Fahr zur Hölle. Okay, das ist gut, dass ich Feuer habe. Wuhu. Okay, so. Ähm, ja. Scheiße. Ich habe ja eine schlimme Vorahndung. Glück gehabt. Glück gehabt. Verdammt, die Kacke. Leute, ich habe Skills entwickelt. Ey. Uh. Ja, Glück gehabt. Sehr viel Glück. Okay, das kommt gut voran. Aber beim Schloss werde ich wieder sowieso reinkacken. Das weiß ich. Bonus Game. Denn, 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 denn. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Okay, zwei Leben. 24. Nein, 25. Okay. Denn. Denn, 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 denn. Bams. Yeah. Peace. Peace und Frieden. Und hier weiter. Boah, das ist Teil 4. Oh nein, was? Diese Schackis, die irgendwie schon... Ach, diese Missgestalten. Diese Missgestalten. Man konnte doch hier rein. Oder konnte man da rauskommen? Oh, scheiße. Ähm, so. Glauben, wenn man hier reingeht, kommt man da hinten raus wieder. So habe ich das in meiner Erinnerung noch. Okay, ein Joshi? Ähm, warte. Achso, okay. Ähm, ja. Kann ich ihn nicht fressen? So eine Scheiße. Komm. Du scheiß Spaß. Wegen dir ist mein Joshi jetzt weg. So und so. Okay. Irgendwie geht's heute alles gut voran. Verdammt. Wie hab ich das gesagt? Hä? Verdammt. Verdammt. Schlüssel? Ähm. Schlüssel? Schlüssel? Warte, warum Schlüssel? Warte, brauche ich die Schlüssel, um das Schloss anzukommen? Ach, ja. Ach, verdammt vergessen. Also, für die Leute, die das jetzt nachspielen wollen. Wenn man Schlüssel hat, da kann man hier ein Sternenlevel holen. Das ist alles. Weil ich will das Projekt jetzt schnell fertig bekommen. Okay, ihr wisst jetzt, wo man das, ähm, den Sternen-Dings da holt. Ich hab keinen Bock, jetzt nochmal das Dungeon in dieses Level zu machen, wegen diesem komischen Stern. Okay. Ach, scheiße. Das war so knapp. Halt die Fresse. Komm. Let's go. Aber ich hab's doch gewusst, im Schloss werde ich sowieso reinkacken. Bei Bowser werde ich nümmerz reinkacken. Das ist so eine leichte Kacke bei ihm. Ich kenn den Kampf schon auswendig. Ach, scheiße. Man muss echt präzise hier rumgehen. Okay, so. Und. So. Oh. Hm. Komm. Ich hab jetzt keinen Bock, jetzt jahrelang hier rumzugammeln. Ich will mit diesem Projekt auch langsam fertig werden. Okay. So, okay. Ja. Okay. Ich will einen Mittelpunkt hier haben. Ach, du Kacke. Scheiße, weil ich dachte, ich werde jetzt abkratzen. Aber wenn ich das denke, werde ich das sowieso abkratzen. Ich bin so gut vorangekommen. Okay, komm, weiter. Nochmal die gleiche Kacke. Komm, dieses Schloss werde ich noch fertig bekommen. Dann wartet nur der Bowser. Oh. Knapp, knapp, knapp. So. Weiter. 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 Weiter so. Gut so. Ich hasse diese überfickte Steuerung mit der Tastatur. Ach, komm jetzt. Komm. Ach, fick den kleiner Mario. Ist ein Pilz und werde groß und stark. Mann, komm, weiter. Ach, komm, 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 komm. Warte mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen dämlich im Kopf. Warte, ich probiere gleich aus, wenn ich nochmal hier sterbe. Weil ich denke, es gibt eine Möglichkeit, wie man ein bisschen cheaten kann hier. Habe ich gerade so entdeckt. Vielleicht klappt es ja auch nicht, aber ich versuche es einfach mal. Wenn man das ausprobiert, ist es ja nicht so schlimm. Ja, Eisenkugel. Willkommen, aber mal geh nach oben. Denn, 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 ich will den Pilz. Was gar... Er glitscht einfach da durch. Okay. Er glitscht gerne. Okay. Ich muss mich hier ja kurz konzentrieren. Deswegen werde ich nicht so viel kommentieren. Okay, ich schlau von mir. So. Wo ist der Tafel? Wie gehst du hin? Ey, er soll irgendein Mittelpunkt kommen. Verdammte Scheiße, nochmal. Ey. Wieso ein Knochenbastard? Wieso Holz... Oh, nicht du, du Schlampe. Auf dich habe ich so keinen Nerv. Ihr stirbt. Boah, ich dachte, ich falle jetzt irgendwie in die Lava. Du verfickte Schlampe. Ich dachte, ich habe dich gekillt. Stirb. Ach, jetzt muss ich wieder warten, bis sie respawnt. Kommt her. Komm her, du Dreckschlampe. Komm her. Ich weiß, du willst mich doch. Komm her. Ja, hier bist du ja. Komm. Oh, komm. Okay, danke, Schildkröten. Das werde ich euch niemals vergessen. Ah, fick dich doch ins Knie. Was kommt dir überhaupt noch mit der Zeit an? Okay, Feder. Komm, rein hier. Komm, dreh dich mal kurz. Okay, komm. Tod. 59 Sekunden, okay. Ja, jetzt kommt der letzte Kampf gegen Bowser. Und, was machst du? Ja, ist klar. Du nimmst es und werfst es weg. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Mit den finalen, 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 ähm, Bossfight. Leute, welche Tür habe ich einmal früher genommen? Ich glaube, das war Nummer 5, oder? Also, man kann jede Tür nehmen, wenn man will. Hä? Ich kann mich auch für... Oh nein, wieso habe ich die genommen? Scheiße, ich habe reingekackt. Ich habe so Männer reingekackt, Leute. Okay, ich habe reingekackt. Egal. Egal, diesmal nehme ich eine andere Tür. Zum Glück. Auf so eine verfickte Tür habe ich keinen Bock. Ich nehme die erste. Die erste muss gut sein. Komm. Komm, die muss gut sein. Okay, das geht ja. Geht ja noch. Geht ja noch. Geht ja noch. Es könnte auch noch schlimmer sein. Es könnte auch noch schlimmer sein, wenn hier irgendwelche Carmix herumfliegen würden. Ähm, ja. Ah, fick dich. Und, rein mit mir. Okay, hier war Nummer 5. 5. Bin ich dämlich oder so? Wieso habe ich die Tür genommen? Okay, ich muss jetzt mein Leben ziehen. Ach, verdammt. Okay, komm. Komm. Scheiße. Ähm, Disco-Fieber. Yeah. Okay, das macht Disco-Fieber-Kugel an. Ach du Scheiß, was bist du denn? Oh, kleine Missgestalt denn. Diese Viecher kann sowieso nichts. Ich weiß gar nicht, wozu die da sind. Und was seid ihr eigentlich für Viecher? Hat euch gegenseitig getötet. Gut so. Kann ich eine Kugel so... Kann ich einen Pilz hier... Gebra... Wie gibt es da keinen Pilz für mich? Ach komm. Finaler Bossfight. Ja. Deine kleine Kugel. Yeah. Ja, übertreib's nicht. So hässlich. Wartet. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Mit dem finalen Part. Und tschüss. Okay, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020